Herzlich Willkommen auf unserer Seite. Ich bin der Patrick. Ich bin der Daniel. Bevor es losgeht, nimm dir diese drei Minuten Zeit und schau das Video wirklich bis zum Ende. Wieso haben wir dieses Coaching erstellt? Schau mal, ich war damals in einem 40-Stunden-Job tätig, der mich in keinster Weise erfüllt hat. Ganz früh aufstehen, ganz spät heimgekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur gewusst, es wird Zeit für eine Veränderung. Ich war eigentlich genauso unzufrieden. Ich habe nicht wirklich gewusst, was mache ich eigentlich mit meinem Leben. Der einzige Unterschied ist, dass ich derzeit noch studiere. Wir haben auch in den letzten zwei Jahren realisiert, dass es mit einem Studium bzw. mit einem Angestelltenverhältnis einfach nicht möglich ist, dorthin zu kommen, wo wir gerne wären. Und aus dem Grund waren wir immer auf der Suche nach einem Ausweg. Und letztes Jahr, irgendwann mitten in der Nacht, sind wir über das Thema Geldverdienen über Instagram gestoßen. Und am nächsten Tag haben wir uns direkt gesagt, wir starten damit. Wir versuchen einfach mal schnellstmöglich und auch mal irgendwie mit Instagram Geld zu verdienen. Die Motivation an dem Tag war natürlich riesig. Und aus dem Grund hat die erste Provision nicht lange auf sich warten lassen. Und dieser Moment, als wir die erste Provision erzielt haben, dieses Gefühl war unbeschreiblich. Außerdem haben wir realisiert, wie leicht es eigentlich ging. Und das Beste daran war ja, als wir die ersten 20 Euro mit dem Handy verdient haben, waren wir gerade im Fitnessstudio. Und erst am Heimweg haben wir dann eigentlich realisiert, dass wir gerade Geld mit dem Handy verdient haben, ohne etwas aktiv dafür zu tun. Und eigentlich haben wir immer von dieser Art der Freiheit geträumt. Außerdem ist uns klar geworden, dass wir uns am richtigen Weg befinden. Und du bist jetzt wahrscheinlich genau aus dem gleichen Grund auf dieser Seite gelandet. Du träumst auch von dieser Situation. Der Situation, dass, egal wo du gerade bist, ständig diese Einnahmen mit dem Handy erzielen kannst. Und wieso nennen wir das Ganze jetzt 1% Coaching? Aus dem Grund, weil nur 1% der Menschen wirklich bereit sind, für ihre Träume diesen extra Schritt zu gehen. Und Coaching in dem Fall, weil es kein 0815 Online Kurs ist, wo du nach 2 Wochen dein Passwort wieder vergisst. Sondern ein exklusives Coaching mit dem Ziel, dass du langfristig und seriös täglich 50 Euro mit dem Handy verdienen wirst. Und ein zweiter Grund ist, Instagram verändert sich stetig. Wir werden das Coaching immer up-to-date halten. Und was du jetzt darin erwartet, wirst du jetzt erfahren. Du siehst hier jetzt unseren Mitgliederbereich mit den zahlreichen Modulen. Du bekommst unser gesamtes Wissen, das wir über die letzten 2 Jahre gelernt haben. Und wodurch wir mittlerweile 4-stellig im Monat durch Instagram verdienen. Du merkst, wir sind nicht reich. Und darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es geht unserer Meinung nach darum, seiner Leidenschaft zu folgen. Und Instagram bietet diese Möglichkeit. Sei es jetzt, du bist auch in einem 40-Stunden-Job, der ihn keinster Weise glücklich macht. Und würdest diesen auch gerne mit einem Teilzeitjob ersetzen, um grundlegend mehr Freiheit zu haben. Diese Möglichkeit bietet mir Instagram. Oder du bist in einem Studium und merkst, dass dieser Weg ins klassische System nichts für dich ist. Mir bietet Instagram die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Selbstständigkeit zu konzentrieren. Oder du bist Schüler und freust dich einfach über mehr Geld am Monatsende. Und damit du nicht auch diesen schweren Weg gehen musst, um dir dieses ganze Wissen anzueignen, bietet dir dieses Coaching die Abkürzung zum Ziel. Und zwar, damit langfristig und seriös täglich 50 Euro mit dem Handy zu verdienen. Du identifizierst dich mit diesem Traum von Grundlage, mehr Freiheit. Dann klick jetzt den Button neben bzw. unter dem Video und wir sehen uns gleich im Coaching.